Hey! Es ist wieder die schönste Zeit in diesem Jahr angebrochen! Weihnachten mit Flex der Brille! Tschakka, tschakka, tschakka! Es Weihnachtet! Das ist die Anti-Weihnacht! Und der Grinch ist auch schon da! Was machst du hier denn bloß? Das gleiche jedes Jahr! Verkleide mich als Weihnachtsmann, vermiese euer Fest! Das finde ich gar nicht toll! Ich will, dass du das lässt! Es ist soweit! Die schönste Zeit im Jahr! Heute Abend ist Bescherung, ja der Weihnachtsmann ist da! Ob du artig warst, das siehst du oder nicht! Wenn ein dicker, roter Mann mit Bart durch den Schornstein schlifft! Der Backstuhrenducht verteilt sich langsam in den Straßen überall! Nur Weihnachtsdeko und Post-Porten, die schnell fahren! Ich öffne alle Türen des Kalenders an nem Tag! Denn ich hab kein Bock zu warten! Geb ein Scheiß auf Weihnachtsmarkt! Das ist die Anti-Weihnacht! Und der Grinch ist auch schon da! Was machst du hier denn bloß? Das gleiche jedes Jahr! Verkleide mich als Weihnachtsmann, vermiese euer Fest! Das finde ich gar nicht toll! Ich will, dass du das lässt! Das ist die Anti-Weihnacht! Und der Grinch ist auch schon da! Was machst du hier denn bloß? Das gleiche jedes Jahr! Verkleide mich als Weihnachtsmann, vermiese euer Fest! Das finde ich gar nicht toll! Ich will, dass du das lässt! Warum soll ich es lassen? Es macht mir so viel Spaß! Kinder weinen ohne Ende und rennen zu Mama! Bitte hör jetzt auf Grinch! Okay! Flex der Brille! Du öffnest das Paket von Amazon und Co! Wie jedes Jahr besteht ein Enttäuschungsrisiko! Denn manchmal packen deine Eltern ne Kartoffel rein! Alles was sie dabei wollen, ist dich einfach nur zu trollen! Super Eltern sind das ja, was hast du dir gedacht? Nächstes Mal mach einfach sauber, wenn Mutti dir das sagt! Vielleicht liegt in Zukunft dann ne Socke unterm Baum! Oder ein selbstgestrickter Pulli, ja den kann man auch weghauen! Das ist die Anti-Weihnacht! Und der Grinch ist auch schon da! Was machst du hier denn bloß? Das gleiche jedes Jahr! Verkleide mich als Weihnachtsmann, vermiese euer Fest! Das finde ich gar nicht toll! Ich will, dass du das lässt! Das ist die Anti-Weihnacht! Und der Grinch ist auch schon da! Was machst du hier denn bloß? Das gleiche jedes Jahr! Verkleide mich als Weihnachtsmann, vermiese euer Fest! Das finde ich gar nicht toll! Ich will, dass du das lässt! Ha ha ha! Checkt jetzt unseren streng limitierten Weihnachtsmatch aus! Den findet ihr jetzt oben rechts in der Infokarte! Und abonniert unseren Zweitkanal K-Manus Flexi! Bis zum nächsten Mal!